Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop in 30 Sekunden Tutorial. Heute geht es mal um die Einstellungsebene Helligkeit und Kontrast. Viel Spaß damit! Ich möchte dir anhand dieses Bildes mal zeigen, wie ich die Einstellungsebene Helligkeit und Kontrast verwende. Die kann ich zum einen entweder hier über die Korrekturen und dann Helligkeit und Kontrast oder aber hier in der Korrekturenpalette einstellen. Der Unterschied ist, dass ich, wenn ich hier über das Menü gehe, das Ganze direkt auf das Bild anwende und ich danach nichts mehr korrigieren kann, während ich hier eine extra Ebene anlege, das Ganze dann in der Deckkraft verstellen kann oder auch hier die Füllmethode ändern kann und das mir dann doch mehr Möglichkeiten bietet. Ich habe jetzt hier mal die Ebene aufgemacht und werde jetzt einfach mal die Helligkeit anheben und du siehst schon, was passiert. Das ganze Bild wird heller in den Mitteltönen, allerdings werden die Tiefentöne davon nicht so sehr betroffen. Dementsprechend erhöhen wir hier auch schon damit den Kontrast. Dagegen kann ich so ein bisschen gegensteuern, indem ich hier jetzt einfach mal den Kontrast ein bisschen runterziehe und dadurch wird an sich das Bild heller, aber wir gewinnen keinen Kontrast hinzu. Wenn ich jetzt hier mal den Vorher-Nachher-Vergleich mache, dann siehst du, dass das ganze Bild an sich heller geworden ist, wir aber vom Kontrast her immer noch auf einem ähnlichen Level sind. So wende ich das Ganze sehr gerne an, wenn ich das Bild einfach ein bisschen aufhellen möchte. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, wie ich das Ganze anwenden kann und dazu werde ich jetzt hier einfach mal eine weitere Ebene Helligkeit und Kontrast anwenden. Und jetzt kann ich das Ganze zum Beispiel hier mal auf weiches Licht stellen. Dadurch entsteht sehr, sehr viel Kontrast im Bild. Das Ganze kann ich jetzt so ein bisschen gegensteuern, indem ich hier einfach mal den Kontrast komplett rausziehe, um damit das Ganze so ein bisschen mehr zu regulieren. Ich kann jetzt auch die Deckkraft hier noch ein bisschen verringern und damit einen Kontrast herstellen, der dann doch dem Bild etwas würdiger ist. Wenn ich jetzt hier einen Vorher-Nachher-Vergleich mache, dann siehst du auch schon, dass wir hier einen sehr kontrollierten Kontrast in das Bild gebracht haben. Je nachdem, welche Füllmethode du jetzt hier anwendest, ich kann es zum Beispiel auch mal ineinander kopieren machen, kannst du diesen Effekt verstärken oder verringern. Wenn ich das Ganze auf Multiplizieren stelle, dann wird das Ganze entsprechend etwas dunkler. Bei Negativ-Multiplizieren wird das Ganze heller und du hältst einen deutlich krasseren High-Key-Look und dann kann man das Ganze auch schon in die andere Richtung bringen. Hier den Kontrast mal voll nach oben ziehen und dementsprechend kannst du hier komplett andere Bildstile entwickeln. Ich möchte das Ganze jetzt hier aber nochmal löschen und dir noch etwas anderes zeigen, denn wenn ich diese Helligkeit und Kontrast-Ebene jetzt hier nochmal neu anlege, dann kann ich hier oben auch einfach mal auf Auto klicken und dann rechnet Photoshop ein bisschen herum und wird automatisch mir die richtige Helligkeit und den richtigen Kontrast einstellen. Ob das jetzt nun immer wirklich das Richtige für das Bild ist, sei mal dahingestellt. Photoshop errechnet hier eher das technisch Richtige, das heißt, dass das Histogramm wirklich von rechts bis nach links geht. Du siehst jetzt hier, dass Photoshop mir etwas völlig anderes vorgeschlagen hat, als ich gerade eingestellt habe. Das heißt, hier wurde der Kontrast etwas angehoben, die Helligkeit sogar noch ein Stück runtergesetzt. Aber es ist auch immer mal ganz schön, wenn man hier diesen Autoknopf einfach mal ausprobiert und dann mal schaut, was da passiert. Das war es zum Thema Helligkeit und Kontrast in Photoshop. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, du kannst damit eine ganze Menge experimentieren, denn diese Einstellungsebene bietet dann doch ein bisschen mehr, als man denkt, wenn man hier diese zwei Regler sieht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Bearbeiten und Fotografieren. Wenn du weitere Videos sehen möchtest, dann klick einfach mal durch meinen Kanal durch. Da findest du einiges zum Thema Photoshop, Lightroom und Fotografieren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß hier weiterhin. Bis bald. Ciao.